Guten Tag schön euch zu sehen bleibt ein Weilchen und hört zu Lusladebalken du schaffst das keine Sorge das Sterben ist Teil des Spiels ach nein das muss mit der Ladebildschirm das muss uns wohl keiner sagen die Warte der Partner auch klar ab es ist er glaubt dass das Blitz und Arkan ganz gut gegen noch Ehe die Kürze das Blitz und Arkan ganz gut gegen die wirkt wollte ich sagen er ist die Baffe auf Warte war ich kann die Anrufe hat auch da so Schwert der Meister das ist immer noch total das Beste verdammte Axt weißt du da wo warte 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 auf mich da wo vorher auf der Tastatur S war äh A war ist jetzt nämlich S deswegen ne du kommst nicht vorbei wo das hätte knapp ausgehen können wenn ich mir selbst ins Gesicht schießt das könnte witzig werden nein Lass weiter gehen Lass weiter gehen Lass weiter gehen Lass weiter gehen Oh ich die Höhle sieht sehr verdächtig aus Naja stimmt das stimmt aber ich ich warte mal hier warte mal da ist äh da ist ein Nehmen-Symbol nur die Frage ist jetzt wenn ich das nehme ist mein letztes wieder weg ja wenn du in der Höhle irgendwas vergisst solch dich Gewitter cool das klingt gut das ist doch was Nettes das klingt so als könnte das vor allem uns was bringen so so ich probiere mal irgendwie Gewitter zu machen oh würde es sogar klappen das mache ich nicht gerade jetzt Oh ich bin so geönt Oh ich bin so dumm man Nein haha gut ich muss das Gewitter wieder loslassen uah Alex komm mal neben ja nimm die Sache verweckt so ach möchtest du nicht dein Stab wieder nehmen ja 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 will ich ja will ich fliegt ihr Narren ach Gott sei Dank ey so der schmeckt das Eis schmeckt Eis ihr Narren das klingt nicht sehr episch aber irgendwie auch wiesig hier Fliegt ihr Narren sch见 jaavil ihr brav das Problem säche� academy ich kann wieder Dings machen ach so na warte warte a 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 m das möchte mich an 4 warum bin ich eigentlich ihren Mann und brennig eigentlich der Stadt ist gell dann müsstest du auch so gematscht werden aber da muss ich erst mal wieder voll wieder ein finden ist das komplizierte als eine gute Taste es ist eine böse Taste und jetzt wieder mal gelernt also ich wieso steht da Angst ich habe auch öfter mal dass einfach irgendwo Angst steht wo ich so denke Angst kann man das hier einfrieren nein wäre aber cool gewesen doch kann man echt ja du hast doch hier die ganze Seite eingefroren schießt du es nicht probier mal nur mit dem mit dem Dings das klappt das klappt nicht so gut aber es geht das finde ich cool wer möchte runterlaufen vielleicht gibt es da unten was nein lass mal oh nein das sieht aus als müssten wir das nicht wie der Hebel warte 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 geh weg oh ja warte mal das sieht aus als müssten wir dieses Ding da durchschließen Mensch dein abgeprallt an deinem so quest geschafft so jetzt reicht es aber auch erstmal für die nächsten 200 Jahre mit Quests warte mal ich möchte was lustiges ausprobieren schieß mich mal da runter Entschuldigung ich habe die irgendwie gerade warum zum Geier sterben die nicht davon flieht ihr Narren ach ja stimmt ja ich habe ja flieht ihr Narrenmodus oh sag mal das war keine Absicht ach die zünden uns an deswegen ah du bist ja ich merke es du bist was du brennst schiebten auch sag mal ah wir machen nicht so lange ich dann wieder geheilt würden dass wir das auch über was muss jetzt probieren stoße ich mal runter sicher jetzt ich möchte nach Teleport er umgesetzt freigeschalten h h echt ja zu sagen ich bringe voneinander Klippe und überlebe magst du auch probieren weißt nein nein ich verrecke hundertprozentig wenn ich das probiere deswegen nein okay dass das klingt so als wenn da voll viel auch von beiden Seiten oh fuck flieht ihr Narren nein 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 nicht nicht wegbomben nein nein nicht nicht ah ah bist du nein sind wir jedes mal am anfang so schlecht ich habe so das Gefühl wir brauchen immer die komplette Aufnahme sprich so zwei Folgen um uns wieder einzuspielen dann ist die Festplatte wieder voll richtig und dann dauert das halt einfach wieder flieht ihr Narren ja verrecke du Typ hinter der Statue so äh AS ist eine gute Kombination für die Viecher glaube ich oder willst du mal Gewitter ausprobieren sieht so aus als hättest du schon wieder irgendwas hier könnten wir auch machen ich wollte eigentlich das hier mal austesten wieso verrecken die nicht also manchmal ach so weil die ein Schild haben ich bin ja auch blöd klappt das ja mietet sie ein bisschen zumindest weg ich verstehe nicht warum manche von denen äh ich nehme an es liegt am Schild ich wusste aber nicht dass dass diese Schilder von denen so are you kidding me beleb mich wieder das war großartig das war ganz großes Kino möchtest du mich wiederbeleben oder möchtest du einfach weiter rumrennen bis die Goblins sich alle gegenseitig angezündet haben ich will auch was machen die aber lehrt dass du wie er lehrt dass du wie er lehrt dass es wird das war Russes Gewitter heilige Mutter Maria Josef bester Zauber aller Zeiten hier vor allem heißt es nicht tausend großartig was mich wiederbeleben oder ich zeige mal ach kannst du jetzt nicht weil du weil du Dings bist ja das ist eine Waffe wieder weg das ist ja egal ach gibt es mich einfach das war eh am Anfang des Levels auch wenn die Brücke noch für mehr Frust zu und könnte ach was wir haben ja schon mal das Ende gesehen also nur er hat bekommen da immer wieder tausend Leute macht das noch mal S und A Ok jetzt brauchen nur noch Gegner kommt beschwör es nicht ah verdammt blöde ARS Scheiße die nach vorne muss aufpassen weil sie sich den Schülern können damit nicht platt machen Prozent das ist schön wie die einfach Planlose rumlaufen ja kommt auf die Feier die machen mich fertig hier schon wieder ey die sind so nervig mit diesem blöden mit dem blöden ja die sind total nervig mit diesen blöden Pfeilen ey so ah richtig wir hatten noch eine lustige Kombination Achtung oh verdammt uah geh weg aber ich kann mit diesem Schwert der Meister kann ich die Schilder von denen platt machen uh das war gut wie sie alle reinlaufen herrlich und wieder zurück ins Feuer sehr brav D D F schön oh verdammte Angst ich verrecke ich verrecke ich verrecke verdammt ah hab mich ins Feuer teleportiert schnell bin tot schnell was 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 macht der was macht der boah ver nein diese ah Rage quit verdammte Goblins ey ich hasse es wenn mich wenn ich mich selbst umniete ja gut das ist ja fast schon lustig ja aber diese Goblins die sind frustrierend was ist das hier S E und A äh na gut das ist die Heildusche ja die aber auch gleichzeitig äh aufhält also die ich nicht nicht bewegen kann okay warte ich hab ne super Idee ey was zum kannst du dich nicht bewegen nein also der bewegt sich entgegensetzt von da wo ich hingucke das könnte witzig werden confused war das äh was meinst du mit das könnte witzig werden äh das war nicht ganz was ich wollte ja ich kann mich so schlecht bewegen gerade ich glaube es ist nicht gut für uns oh es war ja saugut bin ich geflogen? nein ah da bin ich noch was war das witziges? das war A R S E als Kombination und dann diese Minen gelegt ach okay diese Sache am besten die Spaßgoblins noch nass machen und dann A R S E oh well shit wow heiliges Kanonenrohr ah warte mal du bist nass ah ich bin nass ah okay da bist du wieder deine Waffen liegen ja noch hier ja Achtung nicht nichts Unüberlegtes machen ah puh haja oh ich sollte aufpassen wenn du dein S sprichst aah flatsch 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 ups äh ungemütlicher Penner der Typ da nein was zum Geier ist das für einer flieht ihr Narren der friert ein und ist äußerst ungemütlich ah ich sterbe äh was sind das für Gegner auf einmal wir haben wir haben hallo haben wir so lange nicht mehr gespielt ich kann mich als äh äh was zum was zum was zum was zum wir haben wir haben wir haben die besten Waffen die es gibt ja und wir verrecken bei so blöden Goblins ich kann mich als Eisklotz teleportieren das ist auch witzig na gut nimm das ah die sind schon jetzt hinter mir was soll das denn so dann machen wir das ganze dann nochmal und dann ARSE ja ich sagte ARSE ich glaube schon mal vor soviel zu keine Bomben ja oh gut dann nehme ich die da unten wir sind so richtig unkoordiniert koordiniert ja Hauptsache die verrecken hey ich habe alles die ich habe alles was war ich werde sie wieder zurück ich sag mal warum gehen die denn manchmal und manchmal nicht wer ist wrong mit denen mich hat's gewünscht ich finde diese Minis haben eine super Kombination aber ich finde wir werden hier mit Gegnern zugemüllt was mir nicht gefällt äh tot warst du das warst du das warte 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 warst du das warte warte WA ja ich hab's oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott blitz mich blitz mich okay ich bin geblitzt ich bin geblitzt verreckt so geht doch hast du deine Stab nicht mehr? ah der dicht da ja 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 ich bin nur grad kurz beschäftigt mit äh dem Typ mit dem Eis Typ Dings äh die Brenner stets uff hat dir das geholfen helfen ist relativ oh ihr tritt in die Main musst aufpassen wenn du das machst hihihi 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 mein Gott diese diese nein blöder kack Goblin wir waren so knapp davor das ist wie dieses eine Level mit dem mit dem mit dem Eis Ding mit dem Eissee wo wir auch so 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 voll gut waren wobei das hat wenigstens Spaß gemacht ja diese Goblins sind leicht frustrierend muss ich mal so dazu sagen aber Arkan mögen sie so gar nicht äh was zum Gehr ja das liegt daran dass wir mögen Arkan auch nicht